Hallo, ich bin Dominik, ich bin der erste Lehrer zum Koch am Kantonsspital St. Gallen in Rorschach. Komm, ich zeige euch mal, was ich den ganzen Tag mache. Hier am Kantonsspital St. Gallen legen wir extrem viel Wert auf gute Qualität von Lebensmitteln. Zum frischen Überprüfen verlassen wir uns auf unsere Seite. So und so in der Küche ist Teamarbeit und Freude an Lebensmitteln. Hallo zusammen, mein Name ist Lina, ich bin im zweiten Lehrjahr als Restaurationspartner EFZ. Mein Alltag ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Komm, ich zeige euch mehr davon. In den drei verschiedenen Restaurants servieren, Kaffee machen und für Gäste schöpfen. Mir gefällt ein vielseitiger Beruf als Restaurationsfachfrau, denn jeden Tag kann ich etwas Neues lernen und habe oft Kontakt mit verschiedenen Menschen. Meine Ausbildung am Kantonsspital St. Gallen ist pure Abwechslung. Super slick.